hallo leute herzlich willkommen auf dem kanal stano gaming und heute spielen wir mal wie ihr hier sehen könnt wie der aspart legends beim unwilligen auch direkt los indem wir mal hier das rennen starten ihr seht vielleicht dass ich dieses video fast nach dem anderen video den vorherigen video gemacht hat daran dass ich ein bisschen produziert also nicht wundern ja genau weiter weiß nicht was ich sagen soll auf jeden fall ein bisschen hier vor produzieren und dies und das und schneide jeden tag gerade aktuell also ich sitze hier so fast zehn stunden schon dran um zu produzieren genau damit ihr auch ein bisschen ihr versteht denke ich was ich mein als nicht dann schreibt es in den kommentar so weiß gar nicht was ich machen soll einfach ins ziel kommen so 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 Den habe ich. Den nächsten habe ich. Den habe ich auch. Okay, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Junge. Hallo. Blöder Bugatti. Bin ich wieder letzter, ey. Ich war gerade so weit vorne. So. Okay, so. Und rein ins Ziel war es. 1,740 habe ich nur gebraucht. So. Zwei. 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 Bam. Okay. Weiter geht es, würde ich sagen. Level 4. Volle Tankaufüllung für alle Wagen. Nice. Let's go. Leute. Rückwunsch. Du hast diese Belohnung erhalten. Nice, nice, nice. DSE Tense. Was ist das denn für ein Name? Egal. Beendet. Stufe 3. Das Beenden von Events ist der beste Weg, den Asphalt 9 schnell voranzukommen. Okay, dann mache ich das natürlich auch. Wenn wir jetzt eh wieder volle Tankaufüllung bekommen. Das ist ja ziemlich nice. Ähm. Von daher. Also das ist ein... Geil. Schlage deine Bestzeit. Z1 40. Muss ich jetzt... Schlagen. Oder... Oder wie... Egal. Ich hätte schon Paggel gestartet. Boah, yo. Zwei Killz auf einmal. Boah, yo. Zwei Killz auf einmal. Ja, ich habe ihn noch bekommen. Oder... Wo war ich denn gerade? Ja, okay. Naja, diesmal habe ich die Kurve nicht ganz so blöd gelegt. So. So. Und schön in dem... In dem... In dem Mittel vorn. Kacke. Das war gerade ganz kacke. Aber ich bin schön weit vorne. So. Boost nehmen. Noch einen Boost nehmen. So. Boah, fast dagegen geflogen. Okay. Nice. Ja, okay. Ich bin jetzt auf jeden Fall besser. Ja. Danke. Boah. Boah, ich habe sogar meine Z geschlagen. Krass. Wie lange haben die anderen gebraucht? Die sind noch nicht mal da. Ja. Okay, sie haben sie jetzt mit 1,40. Ja. Nice. Nice. 3, 3, 3. 3. Okay. Nee, ich will mir keine Werbung angucken. Nice, Leute. Echt nice geworden. Muss ich ehrlich sagen. Echt nice geworden. So. Okay. Noch ein Rennen. Warte. Kann ich den auch sehen? Ah, nee. Ist schon alles. Maximum. Okay. Egal. Dann starten wir nochmal ein. So, eine Runde muss ich gleich eh nur noch machen. Und dann habe ich sogar schon alles. Nice. Ey, das ist echt eine geile Runde gewesen. Ich muss jetzt nochmal meine Zeit schlagen. Das ist ja noch blöder. Blöder. Das ist ja noch kacke jetzt. Oh. Jetzt geht wieder los. Okay. 1. 32 war das, glaube ich. Okay, ich habe die richtig genommen. Okay, jetzt. Jetzt gebe ich an. Ah, der ist weg. So, hier hoch. Ja, geile, geile Kurven nehme ich hier. So. Nein. Er hat sich nicht gedreht. Was ist das für ein Rott? Warum hat der mein denn jetzt hier nicht gedreht? Ah, scheiße. Oh, Junge. Ich habe jetzt schon wieder alles falsch gemacht, Junge. Ja, also die Zeit werde ich nicht schlagen können. Die Zeit werde ich diesmal nicht schlagen. Oh, warum rutsche ich denn gerade so? Okay, ich habe den Boost gerade nicht genommen. So, ich muss jetzt den Boost spielen. So, jetzt kommt. Gas, Gas, Gas. Ah, kacke. Junge. Was ist das für ein Mist? Ja, okay. Ich habe jetzt schon mal geklappt. Ich habe diesmal 10 Sekunden länger gebraucht. Was war denn das? Ah. Schade. Na ja. Egal. Nein, ich will nicht verzichten. Egal, Leute. Egal. Ich habe es ja trotzdem geschafft. So. Einen Moment. Zack. So, Leute. Entschuldigung. Ich muss gerade jemandem was schreiben. So. Rennen. Das ist jetzt das letzte für das Event. Da habe ich glaube ich sogar alles geschafft, ne? Frage deine Bestzeit. 1, 2, 3. Ja, das werde ich grad schon nicht hinbekommen. Leider. Leider. Leider habe ich diesmal 8 Sekunden nicht schneller gebraucht. Die 8 Sekunden waren deswegen, weil ich halt manchmal gestorben bin. Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich so schaffen könnte. Scheiße. Hacke. Ich habe den Boost nicht. Ja, Mist. Das war gerade echt Mist. Ey, ich habe es jetzt schon wieder verkackt. Ja, ich habe jetzt schon wieder meine Treff verkackt. Mist. Ja, denn habe ich sogar noch. Äh, warum brauche ich denn jetzt auf einmal so eine Blute? Ja, geil, geil, geil. So, jetzt gibt es Gummi. Ich schaffe es wieder nicht. Ey, das ist doch kacke. Ich habe wieder nur 1,40. Sogar noch schlechter bin ich jetzt. Ich bin noch schlechter. Junge. Egal, ich habe jetzt alles hier geschafft. Ich habe wenigstens das Event geschockt. Ja, schön für die Belohnung. Danke. So. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Bibelschreibung verlinkt. Da gibt es noch Instagram und Co. Hört einfach mal in den Videobeschreibungen. Ab jetzt noch einen Traum auf den Tag. Euer Sando. Also, tschau, tschau.